Samy Serran war tot. Er war der schlauste Gangster der Stadt. Und mein einziger ungelöster Fall. Ich habe Jerry den Fall längst anvertraut. Da ihr alter Partner im Moment nicht einsatzfähig ist, still, warte! Dann stelle ich ihn neun Mann zur Seite. Dick Damond ist der Name, weil so ist es die Same. Diese Figur habe ich in der FBI-Akademie entwickelt. Darf ich Sie umarmen? Nein. Natürlich. Sie kleben mir einen Anfänger ans Ball. Ich war so frei, mir einen unauffälligen Undercover-Namen für Sie auszusuchen. Nathaniel McManister. Hi, ich bin Buck. Wie legt man einen erfahrenen FBI-Agenten aufs Kreuz? Eine schöne Frau, der man gerne in dunkle Hinterzimmer folgt. Ich bin hellwach. Ich habe seit 107 Stunden nicht geschlafen. Sind Sie ja wahnsinnig müde jetzt wahrscheinlich. Und ein paar Ganoven, die nicht so dumm sind, wie sie aussehen. Klaus Stein, kannst du dir nochmal ein Auge zudrücken? Ah, ich meine nicht das Auge. Ich bin ein großer Fan von Ihren Strumpfeiltern. Alles sah so aus, als als ich der Mörder von Sammy Serrano war. Jerry Cotton wird vom FBI wegen zweifachen Mordes gejagt. Bereit? Bereit? Beide? Wohoo hooo hooo, whoo hooo. Hehehehe. Was ist denn? Sie haben doch bereitgesagt. Das macht riesig Spaß. Und da hast du mir das vorgestellt. Am Anfang hatten wir die eine oder andere Startschwierigkeit. Aber jetzt habe ich ein richtig gutes Gefühl. Darf ich Sie umarmen? Nein. Natürlich.